Schatzi, ich habe eine Frage. Ja? Du gehst auf eine einsame Insel. Cool. Und darfst aber nur drei Sachen mitnehmen. Okay. Welche Sinne? Ich nehme meine Kinder mit, meine Mutter mit und mein Handy. Wieso dein Handy? Ich muss doch TikTok-Videos drehen. Und was ist mit mir? Schatzi, du kannst mich über Flechstab anrufen. Dein Ernst? Ja! Nein! Nimm mich schon mit! Zwischlinghaus. Hier. Hilfe! Hilfe! Boah, einmal mit Profis arbeiten. Echt jetzt? Mir reicht einmal ohne Idioten. Oh, äh. Ganz ehrlich, da will man einmal in Ruhe das Haus putzen. Na? Und dann, dann... Putz doch! Sitzt er nur da und hilft mir noch nicht mal. Putz doch. Bewege dich. Es ist jetzt... Los jetzt! Ich will das Weihnachtszeug wegräumen. Wie? 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 Männer! Schatzi, den ganzen Tag sieht man die Kinder nicht, ne? Und kaum macht man das WLAN aus... Sitzen sie da! Ich dachte, es ist wieder... Sind sie da? Babum! Ist es wieder gepustet? Wissen Sie, was das Schlimmste daran ist? Was denn? Besser ist, manchmal das WLAN wieder anzumachen. Weil die quatschen dann. Ja. Quatschen, und quatschen, und quatschen, und quatschen, und quatschen, und quatschen. Und wenn ihr einschlappt, dann kommen wir mit einer Tröte und wecken euch wieder. Oh, aber wenn du das machst, mein Freund! Und dann machen wir nur so einen Knaller. Dann machen wir nur so einen Knaller und dann kommt noch Kompetit. Ganz alles. Wenn du das mal machst. Oh! Macht bloß nicht das WLAN aus. Macht bloß nicht das WLAN aus, Leute. Dann könnt ihr euch mal so wecken, wenn ihr das WLAN ausmacht. Das ist die Rache. Quatsch, die ersten Fälle von Elefantenmumps wurden bestätigt. Rüsselschwellungen, vor allen Dingen bei Männchen. Ist an dir vorbeigegangen. Oh, ey!